was ist das grün zeug okay spinnenaugen sind kein grün zeug oder nein ich mache nachher noch eine dinge und extra für monster sachen wo hast du meine cleanies hingepackt hier habe ich noch in tasche wo packe ich jetzt das klären muss ich auch noch machen die tue ich musste gerade holz haben weil ich kein holz mehr habe was hättest du bisher von der vom raum hier eisenprojekte weil ich das nicht eisenprodukte ja ich weiß auch nicht wie ich auf projekte gekommen bin muss ich gleich umschreiben redstone und zeug zeug definiert sich als was die ganzen schaltungen ok also redstone zeug ja ressourcen zählt ganz pro dazu ressourcen nee das zählt zu monster sachen weißt du was lass ich werde glücklich damit komm ich an die an welche truhe komm ich dran nein nein das 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 chicken will ich wieder haben ich wollte das chicken wieder haben ah gott oh ne hier ist waluf da kommt lehm da immer wenn ich was wegschmeiß jetzt kommt was anderes wieder so ob die doppelte 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 klinie klinie danke was hattest du noch mehr nö warum hast du einen pfff gemacht wegen dem lehmzeug grad ich muss einfach mal kurz gucken was hier unten so abgeht ich komme heute zu nichts mehr ich gucke einfach mal wie lange wir schon aufnehmen vermutlich mittlerweile zwei stunden nur eine stunde 50 machen wir bei zwei stunden ne quatsch nicht eine stunde 50 eine stunde 40 ungefähr ok 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 keine slimes schade slime slime kein slime kein slime sooo kein slime ruft mich an kein mob interessiert sich für mich schade sooo 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 jetzt kann ich ganz gechillt hier runter gehen sooo 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 soo naja könnte hinkommen ahh ok dann weiß ich jetzt auch wie ich die slimes unlocke oder wie ich die wie ich die hol ich mach hier ne spawnetage rein ohne automatisches kill gedöns ok ne fully fudder haben wir da genau schuldig ich muss mich selber erstmal um schrumpft ey hier erstmal wieder dich also ich habe gesehen konnte man jetzt so machen genau was musste man das rezept von den pilzsuppen wurde ein klein wenig geändert ja du kannst die pilzsuppe jetzt in deinem inventarfeld bauen ja ich weiß es wieder voll spannend bei mir heute das nächste mal was spannendes ich verspreche es bei mir war es dieses mal auch nicht wirklich sehr viel spannend wir haben zwei stunden lang nichts geschafft ist doch toll auch so würde ich es nicht sagen ich habe zwei stunden lang nichts geschafft außer entschattet na gar nicht wahr ich wollte gar nicht aufbauen hier ist viel zu viel gravel du gehst jetzt nicht wieder sprengen doch so viel gravel ganz schnell das sprengpulver verstecken ich glaube das problem ist wir haben nicht mal sand doch wir haben genügend dann habe ich jetzt nicht erst sandstone gemacht nein da ist noch leben in deiner wolle kiste ich könnte auch einfach die schilder lesen anstatt einfach alles rein zu du hast das gunpowder versteckt nee habe ich nicht gerade ich finde ich finde es nicht sagen ich bin das nicht sagen ich bin das nicht sagen scheiße ich bin das nicht sagen wo hast du scheiße gunpowder hingepackt gib mir gunpowder gib mir gunpowder oder ich hau dich oh da habe ich mir auch so eine angst vor gib mir gunpowder oder ich hau das glas bei der lava weg natürlich ich muss nicht so großzügig ich sag's euch hab heute nen arschloch tag da kommt wer zeug rein hast du sticks nee ne äh doch die habe ich ja aber lass mal ich nehm einfach nur den verschalter na gut ja so ah musik zu laut ich tue mal flintenstil auch dazu so äh ging das so steinschafel ist ja schon so gut wie im arsch oh cool warte mal aber ich nehm sie äh was steinschafel ok ich krieg das hin hm tun wir pfeile auch bei monster und tierzeug rein ich meine skelette können ja auch pfeile droppen da wo du es willst hm ich tue pfeile mal zu werkzeug rein hm 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 ach ja hier hast du äh ok wow nur ein stück ja was viel habe ich behalten ich habe ja noch äpfel hm 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 äh schild wollte ich noch bauen da 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 hier wird jetzt gesprek was wollte ich denn in die kiste noch mal rein tun äh derp 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 ähm hm moment ich geh mal kurz durch was haben da sind diamanten wo wo hinter dem ganzen grebel die weg sprengen wollte so wo ist meine scheiße ich habe mir diamantenspitz auch nicht dabei weil der kann mehr diamanten droppen wo ist so ich muss jetzt erstmal einen diamantenspitz auch geholt alter hätte ich den burg einfach hingelassen und gesprengt hätte er dir einen diamanten kaputt gesprengt oh mein gott nicht mit deiner diamantenspitz aber meine ist besser ne 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 wem haben wir auch ich muss dich ja noch umbenennen das hier ist wolle wolle färbemittel eisen projekte umbenennen eisen projekte finde ich aber gut färbemittel